Ok, wir wollten jetzt was machen? Sarah Perkins, oder? Die ist eh gleich hier um die Ecke. Können wir eigentlich schnell hinfahren, oder? Auto hier? Ja, klar. Ist drauf? Ja. Er hat sich das Ding scheiße, ey. Echt? Warum das? So, ich hab grad ausgestiegen, ey. Achso! Der schwimmt so, schwimmt. Achso, ok. Die feiern alle. Feiert die Flagge. Ok. Mit der Juli, ok. Hm? Warte mal. Was ist? Halsch. Wo fährst du hin? Da hoch. Warum? Was ist da oben? Na, die alte. Nee, nee, nee. Du warst schon auf dem richtigen Weg? Nee. Wie nee? Auf dem richtigen Weg? Ja. Ja, weil mir wurde grad gar nichts mehr angezeigt. Achso, achso. Dann ist eh, ok. Hier links dann. Wo? Baumstumpf. Guck mal. Ja. Ja. Da durch. Hier vorne, äh, hier rechts rein. Hier. Jupp. Ok, wir sind da. Oh. Wo. 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 Ja. Wo. Du bist der nur noch rum hier, das Vieh. Mach mal. Guck mal. Krampf. Kill. Danke für deine Hilfe. Warte, ich komme runter. die kenne ich noch und du wolltest runterkommen dann machst du es auch kamen aus dem nichts wie um alles in der welt können sie so stark sein du hast sie doch gezüchtet ich dachte ich wäre erledigt ich bin übrigens von artenschützern geleitet wir haben die wölfe im park untersucht und dann naja haben wir diese fächer gefunden es sind wölfe aber was habe ich noch nie gesehen die sekte nennt sie judges größer stärker widerstandsfähiger als die andere spezies aus der gegend die sekte hat versucht mein team dazu zu zwingen ihnen zu helfen als wir uns weigerten haben sie diese dinge auf uns gehetzt die lei und die white hails haben mich rausgeholt seitdem versuche ich mich zu revanchieren ich dachte es würde sich beruhigen wenn jacob totes ich habe mich getäuscht ich habe eine theorie dazu wie wir diese kreaturen mit der sektenformel aufspüren können aber ich habe nur leicht ich brauche einen lebenden ja das ist viel verlangt aber es muss sein die sektor richtet sie in einem alten jugendlager ab dem break wenn du mir hilfst kann ich vielleicht etwas entwickeln womit du sie besser jagen kannst ich treffe dich im lager sobald es sicher ist toll aufgaben hier ganz ruhig ganz ruhig weg vor lager so das ist wo das ist das ist das ist das ist das ist das ist ja tausend meter noch nicht der direkteste weg naja gut naja gut fahr mal naja gut ich geh mal weg poema das ist poema denn das ist wohl ein wolf geh Das war's. Oh, geht. Oh, hier, den nehmen wir mit. Nee, der gehört zu uns. Panker? Okay. Das Gebiet ist ja befreit, also eigentlich dürften so gut wie keine Peggys mehr geben. Oh, okay. Oh, Mann. Ah, ich krieg dich. Überli, da hat man überli, Windschatten. Jawoll. Danke, dass du im richtigen Moment aufgetaucht bist. Mein gesamtes Team wurde entführt und dann haben diese Monster mit ihnen geübt. Hab Glück gehabt, dass sie mich nicht erwischt haben. Ich hab diese Judges schon seit Monaten studiert. Die sind wirklich abgefahren. Anders kann man's echt nicht ausdrücken. Im Grunde pumpten Jacob und seine Leute diese armen Wölfe komplett mit Drogen voll. Keine Ahnung, was sie genau nehmen, aber sie werden dadurch... ...echten Kriegsmaschinen. Noch viel schlimmer ist, dass der Kult diese Tiere auf irgendeine Weise kontrollieren kann. Das klingt vielleicht verrückt. Ich weiß aber, diese Judges folgen einfach jedem Befehl. Willst du langsam? Nichts? Dass sich diese Experimente nicht ausschließlich auf Wölfe beschränken. Das sind nur noch... Ja? Das sind nur noch Feinde, aber rein Gerüte schon, oder? Ja. Okay, hast du einen Bumi bei dir? Der ist schon da, ja? Achja, okay. Oh, scheiße. Da... Da laufen mir hier Hunde rum. Oh, scheiße. Wolle ich... Hund take down? Oh, wie? Ich glaub das geht nicht. Leider. Hm. 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 So. Du? Ah, hier. Oder? Okay, haben wir irgendwie Sniper open? Buma ist down, oder? Ach, Buma ist down? Deswegen kann ich dir nicht schicken. Scheiße. Haben sie gerade umgeleitet irgendwie, ja. Na dann. Wir haben das gerade erst alles befreit, Mensch. Oh, fuck. Oh, der Wolf. Läuft ein Wolf rum? Ja, da laufen mehrere Wölfe rum, ne? Oh, kommt der jetzt hier? Kommt der jetzt hier? Kommt der jetzt hier rein? Okay, alarmiert, alarmiert. Wollen wir, wollen wir? Komm raus, sonst schieße ich! Ich bin gestillt! Da unten! Ich sehe niemanden! Okay. Oh, wir sehen niemanden. Ich will den noch Buma befreien! Quatsch! Ich bin gestillt! Wollen wir drehen? Ok. Kleinste! Nein! Bubas, Bubar, Bubar, halte durch! Nein, tot! Bubar ist tot! Du bist tot? Nein, Bubar ist tot! Achso. Das werde ich ja büßen! ich komme die Seilrutsche runter oh Gott, kriege ich ne Gänsehaut die haben alle, oder? ja, die hat sich ja schon gemeldet hier sie kommt in der Seilrutsche ja, da kommst du ja, hier auf dem Dachschluss damit wir anfangen können ich weiß erstmal, irgendwas ist hier drin? was ist hier drin? wo zum Zwinger ach, ich bin es, was du willst ja genau mhm, ja gut, jetzt wird's lustig lock einen rein von hier oben sehe ich keine Judges wir müssen sie herlocken ich hab's die Essensglock wirf die Leiche eines Abrichters in den Futtertruck das ist Pavlovs Konditionierung zum Typen nehmen, genau Typen aufsammeln genau, und den haus in den Trunk rein genau also den Trunk rein, okay so so, jetzt kommt sie mir hoch genau da kommt sie auf 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 her mein der ist draußen geh rein was ist es lustig reingehen du freak ich war nicht sicher ob du das hinkriegst aber du hast es mir gezeigt so schwer war das jetzt nicht lassen wir wieder raus ja wir müssen die augenbrauen sieh dir mal die kumpel hat so kommen die kopf sind der klinik ich finde das schon raus keine sorge was das muss man ansprechen dieses exemplar ist alles was ich zur synthetisierung der formel braucht diese probe an der ich gearbeitet habe das sollte dir bei der jagd nach diesen fächern helfen ultimativer jäger ist verbessert zwei punkte echt bloß george wilson weiß ich george wilson ist auf jeden fall der typ in den baseball karten der so südwestlich von uns ist aber ich weiß aktuell nicht wer diese ruf der bildnis diese boe adams hier können wir hingehen ja warum ist denn boomer noch so groß auf der map irgendwie der ist tot oder aktuell also bei railway kürbisfarmen das boomer also bei mir wird boomer noch groß auf der kürbisfarmen angezeigt naja gut wie der host und klein weiß jetzt gerade nicht wo der wo die kürbisfarmen ist kann also hier also auch alles klar wird doch nicht bei mir nicht angezeigt ach das ist bei der kürbisfarmen kriegen so kommen lassen und tun ist egal was so tun warte mal äh wo ist dieser boe adams den ich gerade hier immer gekehrt hat nein wo ist das hier oben irgendwo ach ja hier oben ist das okay haben wir einen ruby nicht gelegt wo ist nur hin immer wo gibt es einen ruby hier ist noch ein proper versteckt ja ach da hab ich da hin äh weiß ich nicht gibt es den ruby ach hier warte mal ich mach schon äh schnell reißen hier hin ja ok so ich pflege die herde ich dünne sie aus na jetzt nicht mehr wir haben dich gerade ausgedünnt wir haben dich ausgedünnt genau so aber es war schon ach hier sind wir alles da hier ist ein ruby hier ist ein ruby hier kann man ein ruby bestellen ja deswegen hab ich ja hierher gebeamt so wir wollen fahren jawohl ja ok wo ist dieser bow hier noch denn geht er ich will bloß mal kurz gucken wer das ist weil wahrscheinlich hat hat der nur irgend so eine Popel Quest oder so ich finde das so krass also wir haben 70s2die komplett dominiert Far Cry New Dawn Absolut Far Cry 5 Gibt es noch ein Spiel was uns herausfordert? wieso nicht wieso wie hieß denn das mit dem wie hieß denn das wir wissen ja ob das jetzt ein Vorort mittlerweile möglich ist ähm argh auch für Zombies mit so durch die Stadt ähm Mist glaub nicht nee nicht für Survival nee nee das Spiel ist eigentlich verboten in Deutschland wiss ja ja hallo dann müssen wir es auf jeden Fall spielen ja eben go Adam ich sehe sofort an dass du kein Peggy bist danke sonst würde ich einen ganz anderen Ton anschlagen wow gut dass du auf unserer Seite bist nenn mich Bo ich lebe von dem was das Land mir gibt solange ich denken kann ich hab im Lauf der Jahre viel Scheiße gesehen Verbrechen Korruption Wahnsinn aber doch nichts wie Edensgate hat mich aber nicht verändert ist nur ne andere Art des Überlebens nichts ist mächtiger als Mutter Natur aber man schlägt sie nicht man arbeitet mit ihr zusammen in Zeiten wie diesen ist es nicht klug darauf zu bauen dass Technologie dir den Arsch rettet ich sehe die Skepsis in deinem Blick ich sag dir was besorgt mir ein paar Adlerfedern und ein paar große alter Leviathan Knochen nein ich weiß es die Hützigkeit nicht äh das ist auch nur so ne dämliches möglich das kannst du sowas verknicken ne ne Leviathan das ist glaub ich irgend so ein Puffer Fisch der in irgendeinem Seerum flackt genau genau ich mein wir ne ich mein wir könnten schnell hinfliegen aber ach ne komm hier lass uns noch mal er müssen wir uns noch mal ausrüsten ich glaub haben wir gerade erst auf jeden Fall müssen wir uns noch mal ausrüsten achso ok dann denke ich mal oder ja dann würde ich sagen mach mal ne schnellreise irgendwo hin da wo wir uns auch in Hubi holen können oder ja nochmal dann fliegen wir da kurz rüber genau also nochmal hier hin da wo wir er ich grad schon wollte ähm ich komm drauf Dying Light Dying Light Dying Light Dying Light ok ja das kommt mir bekannt vor aber äh das ist bei uns verboten ne ja das war äh ein Teil war in Deutschland verboten ja ok und das du konntest du nur über Amerika bestellen ja ok also ich äh brauche eigentlich gar nichts ich hab alles das sehe ich gerade so selber nochmal ok er holen Hubi und versuch Hubi holen doch ich brauche noch was siehst du na fah nüt zack ok ab geht so haben wir noch irgendwie Punkte zu vergeben nein null verfügbar entschränkt achso er konnte man nicht konnte man dann nicht sowieso der Schnellreise ne konnte man nicht ne ne ich weiß jetzt konny ob Dying Light im Korb ich glaub nicht ab dem neuesten Patch beziehungsweise neuesten Versuch konnte man Dying Light im Korb abspielen echt? ok ja er ist ziemlich krank ja ok er ist ziemlich krank 업 aus mittel der